Ich bin noch gar nicht bei der Kiste und so, da müsste auch noch was sein. Ach, ficken, Alter. Doch, da waren wir schon. Wartet, hier liegt was. Hoffentlich nur ein Nuke. Wenn jetzt aber auch. Ja, nur ein Nuke. Jetzt in diesem Spiel, VT. Jungs, ihr müsst mich schützen. Ich hab Instacay jetzt. Jan, wo bist du? Hier, da lauf einfach rein, lauf einfach rein. Ja, warte, ich muss mir Muni holen vorher. Ich weiß, ich muss mir erst Muni holen. Ja. Du musst mich schützen jetzt bei Instacay. Ja, klar, klar, klar. Ey, ey, die Drops, die sind richtig hell, Alter. Richtig hell. Okay, okay, gut, danke. Ich erkenne die fast nie. Na, ich weiß, ich erkenne die auch nicht. Liegt aber an dem Mod irgendwie. Ja, oben sind aber noch mehr, da ist ein Raum mit ganz vielen Computern. Na, ich will hier raus, ey. Dreht mir. Ich bin im Gebäude drin, weil Jan hier reingerannt ist. Um Viti zu retten, weil Viti ja drin war und deshalb sind wir hier drin. Das ist ja auch ganz schön raus. Ähm, lassen wir wieder einen am Leben oder... ...wegen Sachen aufkaufen? Ja, ja, klar. Ey, falls wo einer down ist oder drei Stück down sind, kann man ja den Nuke abschießen. Wir werden gucken wegen Jugger, ob man sich kaufen kann. Oh, come on, obwohl, der Power muss beactivated first. Hier ist das immer noch nicht offen. Der Fernseher ist eh endgames. Alter, Saga ist voll weit von mir entfernt. Aber ich hör das die ganze Zeit. Meinst du, der Fernseher ist echt endgames? Ja. Guck mal, es gab elf Schritte. Ja, der Fernseher ist an. Guck's mir jetzt an. Hm. Ja, der Fernseher ist an. Eindeutig. Ja, er ist an. Läuft grad pro Sieber auf dem Fernseher. Ja. Läuft er auch grad. Krass. Kannst du die MP40 kaufen, wie viel? Wenn du willst. Hab schon Waffen. Ah, okay. Immer wieder zurück. Wie viel kostet die TMG 3000. Kau ich mir gleich. Ja, die hol ich mir auch. Warte, jetzt die ganze Zeit bei denen. Ja, dann versuch ich mal noch ein paar Türen. Anime. Der Kevin hat die ganzen Zombies. Da ist ne Nuke. Hinter dir. Boah, ich will nochmal die Nuke sehen, wie die da runterfällt. Sieht voll geil aus. Komm. Spoiler Alarm. Äh. Komm, jetzt TMG wippen. Ja, holst du? Lol. Das ist die doppelläufige. Oder die abgesägt. Ne, das ist die doppelläufige. Diesmal damit mit einmal. Oh mein Gott. Aber die hat nicht zwei Schuss, sondern fünf. Und lädt mit Sicherheit mit einmal sofort nach. Ähm. Ich schieße jetzt mal alle weg. Ich weiß nicht, was soll ich mir holen. Ich weiß nicht, was soll ich mir holen. Speedcaller sein. Weil das habe ich noch nicht gesehen. Wo war nicht der letzte blaue Knopf, Kevin? Ähm. Richtung Teleporter. Da ist auch die Kiste und die ist noch zu. Das wundert mich auch. Wo ist denn der Te... Ah ja. Ähm. Da war noch ein Teleporter oben, wo wir vorhin waren. Jungs, wir haben Strom angemacht. Jetzt können wir da hingehen. Warte, wie kam ich da nochmal hin? Muss überlegen. Ach ja, hier lang. Genau hier lang. Überlegen, überlegen. Bin ich hier. Ach hier. Ach hier. Ach hier beim Teleporter. Ich auch, aber da steht Support. Hä, wohin denn verlinken? Ich glaube, ich weiß wo. Nein, nein, ich weiß wo. Ich weiß wo. Zu dem, wo wir vorhin waren halt. Da, wo die ganzen Treppen waren. Da, wo du gesagt hast, dass das einen Sack hast und da ging es doch weiter. Ja, da, wo die ganzen Treppen waren. Da waren Teleporter? Wer hat den letzten getötet? Da ist ein Bücherregal. Da ist ein Bücherregal. Ich werde sterben, ne? Wo denn? Weil einer von euch den letzten getötet hat. Ja, ich werde auch sterben. Ah, das Bücherregal ist immer noch nicht weg. Die Kiste ist immer noch zu. Und da ist sogar ein Buzzer, ne? Buzzer. Oh, man kann da sogar runterlaufen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Scheiße, ey. Noch gar nicht gesehen. Hä, ich habe gar kein... Das Gegenstück für den Teleporter habe ich echt nicht gefunden, ne? Ich habe jetzt eine Tür aufgegangen, Jungs. Yo, wo bin ich denn? Oh mein Gott. Ah, ich habe mich gekauft. Alter, was? Ah, okay, wir bekommen ihn. Ich versuche ihn gar nicht. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich schieße auf mich da die ganze Zeit. Ey, Kevin, wo bist du denn? Oh mein Gott. Ich kann es nicht kaufen. 15.000 kostet die Tür. Wo bist du denn, Kevin? Ja, beim Teleporter. Beim Auto. Ja, ich werde sterben. Voll ärgerlich. Doch, wirklich. Bist du nicht. Ja, tot. Fuck. Bist du? Wir halten so einen ganz engen Gang, Alter. Ich nie, du bist da. Scheiße. Hör auf. Ihr müsst überleben, Jungs. Ja. Hä? Was war das denn? Scheiße. Alle drei gleichzeitig down? Ja, das hatte ich eh keine Waffe und so. Alle drei gleichzeitig down? Ach, das ist er dann. So, wir sind ziemlich nah dran, Alter. Alle drei waren... Alter, Schwede, das ging aber schnell. Hier muss man echt viele Sachen aufkaufen. Richtig viele Sachen. Oh, oh, oh. Leg mich hin. Leg mich auch. Ich lade eben ab. Ich habe nur Waffe aufgehoben. Alter, ich bin rot. Wegen diesem Wichsern da. War der Beste. Ich hätte nicht in die Gasse rennen sollen, Alter. Viti, wenn du sowas aufkaufst, wo so eine enge Gasse ist, dann sag uns allen Bescheid. Bestimmt. Wer hat eigentlich den letzten getötet? Hä? Ich habe den nicht aufgehoben. Weiß ich nicht. Das war kacke. Weil ich habe gerade was geguckt und dann... Ja, ich auch. Ich war in ganz engen Gang, Alter. Ja, ich war auch gerade da, aber ein Aufkaufender. Ich habe gerade aufgehoben, dann war... Oh, ich sehe nichts. Ich bin im Scope. Ich bin im Scope. Ich bin im Scope gewesen. Hat jemand schon den Teddy eigentlich? Naja, haben wir schon gemacht. Weiß ich nicht. Das ist ein Nuke. Hä? Press F? Hat mir Wind of Change? Wo kannst du press F drücken? Achso, ja, Mucke anmachen. Das ist doch klar. Wenn das das Lied ist, dann... Hä? Ja, das ist das Lied. Warum warst du da drin? Dann konntest du Musik auswählen. Was? Jungs, ich weiß auf jeden Fall, wo alle blauen Dinger sind. Und den einen könnte man sogar... Was hältst du? Ich sehe den Zombie nicht mehr. Oh, was? Das Lied ist cool. Ja, ich weiß nicht, wo der letzte war. Nur du weißt, wo der letzte war. Ja, der Messer hat mal einer da vorne. Ich weiß auch, wo der ist. Oh, 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 oh. Attacke. Alter, wie der Zombie? Wichi, warum? Good game. Nee, nee. Ich wollte kein Ahm. Oh, oh. Alter, wie er da liegt. Woher kam der denn hier rein? Keine Ahnung. Boden. Ich glaube eh, dass der Fernseher bei uns verbackt war wegen Power, muss beactivated werden. Ja, nein, wir hätten den kaufen können. Ja, aber wir haben den Preis nicht gesehen. Ah, irgendwas ist da dann bestimmt. Meinst du, das war das Endgame 75.000? Ja. Weil wir den Preis ja nicht sehen konnten, weil es verbackt war. So, Jungs, ich versuche mal alle... alle blauen Dinger zu treffen, obwohl... Warte, doch, ich treffe den mit einer Granate. Klar treffe ich den. Ich habe aber keine. Mädchen, denn wo ist denn der Letzte? Wer hat noch eine Granate? Ich. Ich weiß auch, wo der ist. Okay, Viti, genau da. Richtig. Ja, da hochwerfen. Ah, da, er ist hier. Da ist er getroffen. Ich habe auch getroffen. Und den blauen da oben. Hey. Der passt auf den Zombie auf. Keiner. Du? Ah, ne, du hast doch nicht getroffen, Viti. Aber ich hole mal erstmal Finn. Ich habe nicht mal geworfen. Achso. Ja. Ja, pass auf, den Zombie auf keiner, Alter. Runde 2 ist doch scheißegal, dass die noch irgendwo rumlaufen. Ah, ich habe gerade versucht, den Schwarzen abzuballern. Nein. Häng den doch mal ab, wenn ich ihn rette, Alter. Komm mal her, Jan. Viti hat den Zombie. Warte, ich mache zuerst Finn. Naja, genau, mach ihn mal zuerst. Oh, was machst du los mit dir, Viti? Mach hier, mach Kevin. Naja, mach mal. Nimm ihn mal. Viti, hier musst du hinwerfen, guck. Ich habe keine Kanäte mehr. Genau hier oben. Wohin? Da oben. Hier hinter, da hin. An diesem Baum da ungefähr. Ja, man muss mit Waffe machen, glaube ich. Mann, das ist nicht hier, Kevin. Doch da bei dem Licht. Nein, das ist links hier. Links? Bei dem Turm da links. Okay, ja, kann sein, sorry. Da habe ich auch schon, da habe ich auch hingeworfen, aber. Das wäre halt geil, wenn wir jetzt die kommen würden. Wie viele Granaten und Tim fliegen. Naja, naja, bringt die eh nichts. Wenn man das auf uns oder nicht. Ja, doch, hätten wir ein MP40. Aber was heißt MP40, wir hätten, ja, können uns wohl viele Waffen haben. Naja, und ich will mir auf jeden Fall die Shotgun, Shotgun, Shotgun. Ja, die hole ich mir auf jeden Fall, die Shotgun. Shotgun. Wenn ihr mit der K auf dem Kopf trefft, ist die echt nice. Naja, ich mag die so oder so nicht. Ja, aber wenn man trifft, ist die nice. Nein, stimmt. Meine Granate. Ich werde sterben. Fuck. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. 13 Tomis noch. Ich habe keine Waffe. Warte, Granate. Oh, nice. Oh. Hätte sich doch mal gelohnt. So, kann man den Blauen nicht von hier irgendwo sehen? Soll ich mal Crawler machen? Wir haben Crawler, wir haben Crawler. Achso. Ich will die beiden da. So, warte mal. Gut. Oh, zeig mir jetzt erstmal, wo der ist. Ja, warte, ich muss gerade auch mal überlegen. Ja, da ist der. Wie die hat Dresch. Der Schwarze dann für die Kiste oder wie? Ja, scheiße. Ja, keine Ahnung. Soll ich Game starten? Ja. Jetzt können wir da hinrennen zu dem. Können wir jetzt mal gucken, wo der ist. Hier, der Raum, der ist total sinnlos gewesen. Ja, ja. Verstehe ich nicht. Viele Räume eigentlich. So, hier ist er. Da. Ding, so, hm. Hä, wo, wo, ach da. Jetzt können wir hier wieder den Anfang zurück zurück. Guck, hier ist der Teleporter, den haben wir schon verlinkt vorhin. Ja, ja, klar, aber mit was hast du den verlinkt? Ja, mit dem da hinten. Warte. Ich hab nur einen gesehen. Wo wir vorhin waren, ich bin schon runtergesprungen. Achso. Da war auch ein Teleporter? Ja. Achso. Glaub schon. Weiß ich gar nicht. Ja, wo geht denn das hier noch hin? Ist das offen? Ich töte die Jungs, ja. Ah, habt ihr schon den Buzzer hier gesehen? Habt ihr noch gar nicht gesehen, wa? Beim Teleporter hast du einen Buzzer. Ja, doch, klar. Sogar mehrere. Und damit hab ich die Tür aufgemacht an der Seite. Kann ich töten mit Zombie? Oben ist bei der Kiste, ist auch einer. Ja, ja. Das sind voll viele Buzzer. Wir haben jetzt mal MP40. Ja, ich kann sie mir noch nicht leisten. Aber gleich. Aber gleich. Wobei, zur Thompson ist ja auch auf. Ah, mal gucken, was ich mir hole. Ey, wenn ihr da oben seid, Jungs, könnt ihr doch eigentlich nur nach hinten gucken. Kommt doch mal von vorne. Also wenn man dann bewaffnet ist. Ist doch voll geil. Das teste ich noch einmal. Ah, man kann auf die Treppe. Hab ich schon 1000? Ne, auch ärgerlich. 1000 Punkte, ey. Wie kostet die Dings, MP40? Immer 1000. Ja, 1000. Ich komm mir die NLs, ich komm mir die Shotgun. Warum gehen die Zunge nicht einfach durch die Tür? Hahaha. Hahaha. Aber Drops kommen hier eigentlich ziemlich oft. Ja. Ah, ja. Ja, echt oft. Echt oft. Echt oft. Aha, Nuke aktiviert. Aha. Naja, ich will mal sehen. Die kommt runtergeflogen zu uns hier unten. Ne, ne, die fliegt. Guck jetzt, pass auf. Liegt die auf den Kopf. Muss jetzt aufpassen. Jetzt. Ich gucke auf dein. Pass auf. Gleich. Bei 5 Sekunden hängt es an. Ja, wir müssen auch auf 2 Minuten achten. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ich guck jetzt nicht. Oh, ich hab's nicht gesehen. Die ist runtergefunden, voll geil. Sicherlich. Hat einer schon den Schwarzen aktiviert? Keine Ahnung. Ich weiß mal gern, was dann da steht. Yo, Credits nur. Ach, der Schwarz ist nur für Credits. Danke, dass du mir so viel zuhörst. Aber ich auch liebe. So, die hier nicht aufkaufen. Die war sinnlos. Ich glaub ich fünfmal gesagt. Welche nicht aufkaufen? Die einen hab ich schon aufgekauft. Ja, die hier vorne nicht aufkaufen. Die hier und die hier. Die ist voll sinnlos. Für die SCG. Ach so. Ich bin mir grad, wo der Strombutton war. Da war ein Buzzer drin. Ach so, da war einer drin. Ich hab die Karte aufgemacht. Da war ein Buzzer drin und... Welcher Buzzer war denn jetzt für Strom? Strom? Ja, ganz viele musst du dafür anmachen. Ja. Du musst doch mal nacheinander Buzzer anmachen. Bis du mal zu Strom kommst. Okay. Und du hast die Karte jetzt aktiviert? Ja, hab ich. Ja, die Karte war ja das da hinten. Oh, die Sackgasse. Ich schwör's euch. Da, wo ich war, wo ich draufgegangen bin. Am Ende. Da war... Weiß gar nicht so was. 15.000 open. Also die Tür öffnen. 15.000. Und da war ein Riesenplatz hinter. Keine Ahnung, was da ist. Bist du... War da ein Rie... Warte, warte. Ja, ja, ich weiß schon, wo du warst. Ich komm. Wetti, wo bist du? Weiß einer, wo er ist? Ich und Winn sind dort. Wetti, ist hinter mir jemanden hier. Alter, wie du auf dem Boden liegst. Ja, komm. Bolli, dir. Da hinten liegt was. Ich renne hin, Jungs. Was auch immer es ist. Double Points, glaube ich. Komm, 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 komm. Ja. Habt ihr die Auto... Ihr habt die MGs gekauft für 2,5. Nein. Doch. Nee. Ich würd stimmen. Doch, doch. Ihr habt die MGs für 2,5 gekauft. Hey, hier bei der SC... Hä? Hier bei der SCG ist gar kein Buzzer, Jungs. Wer hat das denn erzählt? Ja, da ist ein Buzzer, da... Nein, 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 da geht ein Schrank noch auf, ne? Achso. Sieh durch, sieh durch, sieh durch. Ich werde hier seit durch die eigenen MGs gestorben. Nee, einfach. Ich nehme eine Atom-Mole, dann könnt ihr euch retten. Wow. Komm mal, ja. Müssen wir gehen, wo ihr seid, aber... Danke, Jan. Da oben bei den ganz vielen Treppen. Ja, da wurde gesagt, dass... Ich glaube, da war auch der Raum, wo du hingegangen bist. Ich glaube, da hinten ist der Teleporter. Da war der nicht. Du bist doch irgendwo in der Atom gegangen, dann bist du runtergesprungen. Nein, nein, ich zeig euch das gleich, ganz in Ruhe, wo der war. Lass uns erst mal noch ein bisschen Kohle machen und alles aufkaufen. Ach, ich glaube, er war hier, wie T war. Doch, doch. Ja, war er auch. Er war hier. Nein, nein, da war ich nicht, wo ihr gerade seid. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Doch, klar, ich sehe euch. Ich sehe Reaper auf jeden Fall. Ja, Reaper. Wir sind aber nicht prima. Oh mein Gott, wie T... Hättet ihr ihn, oder... Soll ich kommen? Weiß ich nicht. Ich bin hier hinten beim Teleporter. Oh mein Gott. Komm mal, lieber. Ich würde da nicht durch die Gänge laufen, du lieber deine Runden, ey. Ich soll meine Runden lieber laufen? Ja, Mann, weil wenn du jetzt durch die Gänge läufst... Aber wenn er jetzt durch die Gänge läuft... Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, oh Gott. Das war doof. Ach, jetzt doch, jetzt weiß ich, glaube ich, wie man da hinkommt. Durch den Keller. Nein! Es lebt nur noch ich. Hier gibt es keinen Platz, wo man rennen kann. Ja. Ja? Ich liege da hinten. Ja. Ich liege da hinten, wo Jan und so waren. Ach, scheiße. Kiste, wie geht ihr auch? Ich habe einen Buzzer gefunden für die Kiste, oh mein Gott. Wie dumm wir sind. Ne, ne, den habe ich vorhin schon aufgemacht. Das ist nicht für die Kiste. Den hier oben? Ja. Hundertprozentig. Okay. Ja, ich glaube dir das. Der war für irgendwas unten, ich weiß nicht mehr welche genau. Das sind so viele Türen. Man muss alle Buzzer machen. Man muss, glaub mir, man muss alle machen. Ja. Hat so voll viel Geld. Wenn man einen Buzzer macht, dann öffnet sich was und da ist irgendwas Wichtiges drin und an. Ja, das ist dann wieder der nächste Buzzer drin. Weil die Abzucke die Karte wieder. Sehen dir das letzte Schlückchen Geld da raus. Ja, was glaubst du? Was? So klein war's so. Ja, auf WhatsApp. Musst du mal schauen. Ja, was soll das sein? Hat er dir privat geschrieben? Nein. Ja, er schreibt mir privat, Dennis, ich hab WLAN. Weiß ich auch. Ich heiße auch Dennis, ne? Hab WLAN. Oder WLAN. Hey, wo kam Insta her? Hä? Hast du eingesammelt, glaub ich. Menge Phantasie. Alter, wie viel Geld hast du schon? Hast du keine Muni mehr? Nee. Wer schießt denn da gerade immer noch? Die Sniper. Ja, ich hätte jetzt noch geneift, Alter. Ich sehe nichts. Kauf Buzzer auf. Kauf Buzzer auf. Lass ihn am Leben, glaube ich. Und dann kauf ein paar Buzzer auf. Hier ist dieser krasse Raum. Da ist dieser krasse Raum, wo ich war. Da. Da war doch nicht draufgegangen. Ja, ein ganz enger, Alter. Finn, warum sagst du Ghostbuster? Ich bin Ghostbuster. Du bist gesagt Ghostbusters. Nein. Wo ist der Button?